Damals war es auch so, am ersten Tag bist du hier gestartet, hast eine kurze Einführung gekriegt und dann bist du an die Werkbank gegangen und dann ging das irgendwie los. Ich bin Dirk Barz, bin 41 Jahre alt, arbeite jetzt seit 25 Jahren bei Hettich, wohne hier im schönen Kichlängern. Ja, ich habe 1996 auch als Azubi bei uns hier gestartet. Damals waren wir irgendwie, ich glaube, zwölf, meine ich, Auszubildende und heute sind wir meistens so um die 50, manchmal sogar noch mehr. Und ja, damals war es dann halt Ausbildung gemacht, Zivildienst, Berufserfahrung dann hier weiter gesammelt. Ja, am Ende hat es sich dann halt relativ schnell auch ausgezahlt, weil ich hatte quasi, als die Weiterbildung zu Ende war, schon den Teamleiterkosten damals und bin dann durch verschiedene Produktionsbereiche gelaufen oder konnte die leiten und irgendwann, ja, kam dann das Thema Ausbildungsleiter auf mich zu und habe mich dann damit auseinandergesetzt und konnte mich relativ schnell dafür begeistern, weil das halt schon Spaß macht, mit jungen Menschen zu arbeiten und sich anzuschauen, wie die sich entwickeln. Ich freue mich jetzt auch, wenn die Auszubildenden ihre Prüfung bestehen. Das ist für mich auch ein schöner Moment, weil dann wird man ja auch für die Arbeit, die man irgendwie hatte und die das Team mit reingebracht hat, ja belohnt, dass man sieht, die haben es geschafft. Besonders dankbar bin ich erstmal über die Möglichkeiten hier bei Hettich. Ich kann Vorschläge einbringen und kann auch mal Sachen ausprobieren und das finde ich gerade schön, jeden Tag auch dann das zu sehen, dass man nicht so die festen Bahnen, sage ich mal, so hat. Das macht es für mich aus, weswegen ich auch immer noch hier bin und das ist für mich sehr wichtig, jeden Tag.